Willkommen zurück zu einer Taschentuchpackung. Wir kommen zurück zum Einkauf, liebe Leute. Machen Sie die Nudeln? Was ist so bei meinem Leben passiert? Äh, nein, ich bin kein Taddel. Ich bin kein Taddel. Ähm, was ich jetzt übrigens machen wollte, wird nämlich auch langsam Zeit. Ja, manche Leute könnten sich's denken. Richtig. Fenster! Hier und dort und hier und überall. Nochmal im richtigen Haus auch nochmal. Wobei, ich glaube ich, umziehen werde, so gesehen, von hier unten. So, von hier. Ja, würd ich eigentlich nach da oben. So. Pam, palmedi pum, pam puj cha. Nämlich genau. Hier hin. Ja, so. Ich hoffe, ich denke auch dran. Dann würde ich auch gerne die Folge hier oben beenden. Das wäre immer schön. So, aber hier ein bisschen öffeln. Weil, das ist ein bisschen, ein bisschen mager, wenn ich so sagen darf, mein Lieben, Leute. Ein bisschen mager für ein Haus. Und deswegen werde ich hier, ja, ja. Halt, äh, umziehen. Genau so. Wichtig. Das hier dahin, das hier dorthin und da, 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 da. Ich glaube, werde ich hier oben, ich überlege ehrlich, ob ich diese Lagerhäuser auch noch hier mit so einem Durchgang halt überall verbinde. Und dann oben so ein riesen Komplex draus machen, dass ich oben noch was drauf setze. Ich weiß nicht, wie hier jemand da was vorstellen kann, dass hier halt dann nochmal zwei Türen sind. Hier war es reingezogen. So, frupp, 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 frupp. Und hier nochmal zwei Türen und dann stehen überall Schilder so. Hier Lagerkomplex 1 und Lagerkomplex 2. Die werden halt alle aufgeteilt. Und dann kommt man hier in Ruhe und Lang, kommt man hier hinten raus. Und an den Seiten kann man dann hochgehen. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Diese Idee gefällt mir gerade sehr gut. Ich denke mal, ich werde die sogar umsetzen. Auf alle Fälle erstmal... Ach Gott, ich mache es immer falsch. Das erste Mal das Hochgehen will ich umsetzen. Einfach nur zum Angucken, wie das aussieht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel anfange... Nein? So... So... Dann... Achso? Na, okay. Sieht... Na, das sieht doof aus. Dann nehme ich einfach einen Slap dann. Genau, ich habe genug Slaps. Dann kann man da oben... Auch noch ein bisschen rumgurken. Das ist cool. Das gefällt mir. Hier, nehmen wir nochmal einen Schleppi. Und nochmal einen anderen Schleppi. Schlepp, Schlepp, Schleppi, 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 Schleppi. Hopp. So. Und dann hier oben... Und dann hier oben... Nochmal... So. So. Dass man dann hier einfach hochgehen kann. Das könnte ich auch einfach hier so hin machen. Ach ja. Okay, das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Einfach, dass man hier oben alles begehen kann. Und dann einfach nochmal... Sehr cool. So, hier hoch. Und dann geht man hier hoch. Und dann kann man... Durch eine Schleppbrücke... Die anderen erreichen. Warte mal, wie viele sind das? Ich muss zählen. Eins, zwei, drei, vier... Sieben, sechs, sieben, acht. Heißt hier, drei... Eins... Nein! Wow! Das ist gerade eins, zwei... Vier... Ach, daran kann ich gar nichts setzen. Das ist natürlich super uncool. Aber... Das ist natürlich alles kein Problem. Das ist alles gar kein Problem. Denn... Ich werde das hier nochmal... Und war das das ein Falscher? Stopp! Nein! Nein! So. Man kann ja trotzdem hier drüber gehen, ne? Und einfach komplett hochlatschen. Es ist super easy. Super locker easy. Aber ich habe keine Treppen mehr. Das ist schade. Wobei ich sagen muss... Wobei ich sagen muss... Was mache ich denn? Mache ich denn hier noch eine Zäune hin? Oder mache ich dann... Hm... Kann ich jetzt einfach schon mal verbinden? Ich habe ja genug Schleppis. Moment. Zähne ich zählen. Ein, zwei, drei, vier... Vier. Also hier. Also hier. Hier. Meine Musik ist schon wieder vorbei. Das ist traurig, dass die einfach mittendrin aufhört, ne? Ach stimmt, die lief ja zwischen den Aufnahmen. Deswegen war das zu kurz und so wenig. Ich war gerade schon verwundert. So, da la... Na, wo ist meine... Schlepping, Schleppis? Meine Slap, Slap. Pum, 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 pum. Das ist schön. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier oben baue ich dann halt einfach was Großes drüber. Genau. Nice. Und wenn ich so rüber, kann man so rüber gehen. Hier rauf, hier runter, hier rüber. Hier lang, dann hier runter latschen. Ich muss ja einfach den Zaun ein bisschen höher ziehen. Wobei, dann zieht es aus wie eingegittert. Und das ist auch nicht so toll. Hm. Muss ich mir überlegen. Hm. Ja, aber gefällt mir schon mal. Das gefiel, gefielte mir. Das gefielte mir. Und da oben kann ich dann einfach ein Glashaus draufsetzen. Wie weit bin ich jetzt eigentlich bei meinem Ding hier gekommen? Bei meinem Dingerdingerung. Hello. Das stimmt, so weit. Okay. Gut. Das wollte ich nur gut gucken. Tut mir leid. Ich weiß, ich verschwende Zeit. Wer hat volle Zeit? Es wird immer noch nicht nacht? Wow. Wo war ich jetzt eigentlich noch dabei? Das ist klar, das kann ich auch mal kurz ablegen. Und das sollte auch mal passen. Hier so ein Flop. Flop dich. Jetzt rum. Wunderbar. So. Und... Ja, wir haben einiges gemacht. Einiges geschafft. Komm, du geschwitzt. Oh, ernsthaft. Ich könnte brechen. Du könntest so wahnsinnig hart brechen gerade. So, so, so. Sadler. Gelee. Oh Gott, jetzt wird es gerade wieder dunkel. Heißt? Hehe. Oh. Wir schlafen in einem neuen Haus. In dem neuen Haus. Wobei es gerade echt dunkel ist an manchen Stellen. Und wir sagen... So, so. So, so. Hier ist wieder heller. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich hier noch heller machen kann. Außer so. Und so. Hier. Und da. Provisorisch. Entschuldigung. Gute Nacht. Oh, schön. Aber ich müsste es eigentlich andersrum stellen. Mal jetzt auch dann. Andersrum wäre sinnvoll, aber dann kann ich aus dem Fenster rausgucken. So. Aber es ist schön genug, heil genug, alles gut. Hopp. Hopp dich, hopp dich. Und... Ähm... Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das war es schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge, weil es heißt... Minecraft Vanilla. Bis dahin. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.